Bei allen, die hier waren, trotz der widrigen Umstände, wie ich das jetzt mal nennen will. Andererseits einen herzlichen Dank an die Verpflegung. Weiteren Dank auch an Heidi, die das Benzin gestiftet hat für heute, für das Strom. Und an Marc für die Anlage, an Stefan für die Musikbeiträge und überhaupt an das ganze Team, das hier mitwirkt und jede Woche darauf achtet, dass wir hier eine schöne Zeit verbringen. Und ihn nicht vergessen. Ihn nicht vergesse. No, ihn. Kenny. No, der Kenny. 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 Oh, last but not least. Kenny, sehr gut, dass ihr eingestiegen bist und für Unterhaltung sorgst. Grausend Dank. Immer gerne wieder. Bis nächsten Montag. Vielen Dank.